Ja, ja, kann man ja eben sehen, ne, ist ja super. Ja, so übersteigt das ab. Das habe ich jetzt gerade eben gemacht hier, ja. Also nicht scharfe Backen, meine ich. Also ein bisschen schmeckt jetzt viel besser, hält länger. So, ich muss das mal kurz abstellen. So. Ja, und dann habe ich natürlich auch, ich muss ja Robert essen, ja. Ich habe mir, ja. Warte mal, Tartoffelsuppe, aus der Mikrowelle. Ja, jetzt, also, vier Minuten fertig. Also, Brot, 25 Minuten. So, alles in die Zeit, beide zur gleichen Zeit fertig. So muss sein, ne. Mmh, lecker, wie mir schmeckt das. Und das reicht. Was ist denn, Süße? Ja, meine Beete sind völlig geil. Ja, ja. Da habe ich so natürlich gleich Ruhe, ne. Alle Beete. Wenn ich was esse. Ja, da ist Madame, ja. Die macht oft doll wieder, ja. Und da, äh, im Korb ist Jenny. Also, nicht im Wohnzimmer. Alle Viere hier in meinem kleinen Raum. Hä? Na ja, macht ja nichts. Ja. Äh, ich bin ja schon bekannt als Katzenflüsterer bei der Tochter von Miriam. Die sagt zu mir, ich bin Katzenflüsterer. Da habe ich zu ihr gesagt, nee, ich bin alles Flüsterer. Also, nein, 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 nein. Nee, tut nicht. Ich bin ja real. Hm. Aha. Ja, wie hat es nicht sein können? Ja, meine Süßen, ne. Ja, bitte. Meine Tuppe. Hm. Ja, habt ihr. Seht ihr das? Die ist schon, ne? Die kleine Drecksmeid. Nein. Die ist süß. Ich liebe die. Ja, genauso auf die andere, ne. Die liebe ich auch, ne. Ich liebe die Beete. Ich sage ja, ich kann hier nicht, äh, ich muss eine Wohnung hier finden. Hier dann her. Sonst ist es schlecht. Ja, passt da. Geh.